...heiß der Dark Warrior. Dunkler Krieger! Hi! Warum ist irgendwie meine Arcan-Kraft reduziert? Also nicht die Arcan-Kraft, sondern... ...dann ich nicht so viel verbrauche, weißt du? Ressourcenkostenreduktion. Ich mag so Musik, ne? Also echt sehr angenehm. Ich mag so'ne Musik. Sukubus, welche war denn das? Sagt mir grad gar nichts. Oder? Warte mal. Ist das ne Einhand oder ne Zweihand gewesen? Also ne Waffe? WB klein, WB. So, denk dran. 20 Uhr ist das Giveaway vorbei, ne? Ich muss sagen, müsst ihr geboten haben. 59. Ich hab' leider kein Sekundenzähler hier drin. Und 20. Zack! Und gewonnen hat! Zack! Herzlichen Glückwunsch! Follow seit 3. März. Ja, guck. Schon mal zwei Monate dabei. Drei fast. Ne, sind schon drei. Über drei. Drei Monate. Viertel Jahr. Alles ist wunderschön. Alles ist wunderschön. Ich glaub, der längste, der hier ist, ist... ...Hackpart, ne? Haki, ich glaub, du bist seit 2013 sogar schon dabei. So, den Kipo kommst du übrigens direkt gleich über Twitch zugeschickt, ne? Auf Postweg. Boah, wie lange es einfach dauert hier, ey? Wie wenn ich EP ich kriege? Das tut euch schon fast weh. Jungen, was ist da los? Moin, Phil, grüß' ich! Wegen welches Spiel, Chuck? Wegen Diablo oder wegen Portal Knights? Portal Knights wird mich überraschend. Hätt' nicht gedacht, dass ich damit Abonnenten kriege. Hi, Nio! Mensch, klau doch meine... ...klau doch meine... ...meine Begrüßung nicht! Hi, Nio, mein Hüppchen! Ich sollte das irgendwie auf Band machen, ne? Yeah, Reggae-Style! Okay, Reggae ist nicht ganz, ich weiß, aber... ...sehr beruhigend! Komm schon, Arshorn, komm! Okay, kommen wir jetzt schön den, äh... ...Guardian wegbäschen. Pass auf. Bam! Und jetzt aber rein ins Kopf hin. So, ach, schön, 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 schön. Und Stiefel bekommen, okay, äh... ...Feder, Feuer, Feuervogel, genau, Feuervogel-Set war das. So, jetzt erstmal hier unseren Vollstrecker pushen für unseren... ...Begleiter. Echt, geil! Würde es sich freuen zu hören, dass wir Portal Knights, äh, wieder anfangen, ne? Also, geht bald weiter. Warum gehe ich denn schon zur Stadt, Mensch? Das ist doch noch einer. Ein Re-Wall von der Dax. Gib mir den auch noch. Zack. Wunderschön, okay. Gut, ich schicke dir den direkt über, äh, Twitch, ne? W, tschack. Da haben wir nicht. Drei, zwei, eins. Drei, äh, äh, drei, zwei, eins, meins. So, pass auf. Drei, zwei, drei, zwei, eins, meins. Da, zack, 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 zack. Viel Spaß damit. Kannst aber bei Steam einlösen. So, meine Hübschen, damit wären wir schon am Ende hier beim heutigen Stream, ne? Lange genug angewiesen. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Stream. Höchstwahrscheinlich Abend. Lass mich überlegen. Hm. Wie wär's denn mit Freitag? Freitag ist ein guter Tag, ne? Freitag ist gut. Äh, tschack, den habe ich hier unten. Guck mal, unten rechts müsste ein kleines Pub-Up-Fenster sich geöffnet haben. Da ist ein Key drin, ne? Den haben wir bei Steam einlösen. Viel Spaß. Äh, ja. Heute Schluss. Wir sehen uns dann am Freitag wieder. Ob wir auf Twitch gehen oder auf YouTube, erfahrt ihr wie immer dann auf Facebook. Haben wir alle drin, ne? Facebook, YouTube, äh, äh, Twitch. Also irgendwie. Naja, gut, wie verhext. Ist ja egal. Wir sind halt überall vertreten. Und ja, danke fürs Einschalten. Danke für die Donations. Und wir sehen uns dann im nächsten Stream. Inhalt abfrüchte. Mit hoffentlich weniger Wärme. Es ist verdammt warm hier. Es ist wirklich sehr warm. Danke fürs Einschalten. 69 Zuschauer. Ciao, Leute. Ciao, Leute.